10 Jahre JokeTV. Viel Spaß mit dem nächsten Witz von Conny Dax mit dem Titel Nachbar. Der Kollege, wie kriegt man denn so einen langen Schwanz? Da sagt er, das nächste Mal, wenn du mit deiner Frau schläfst, steckst du ihn ganz langsam rein und holst ihn ganz schnell wieder raus. Sie sagt, das ist alles, das kann man trainieren. Ja klar, das funktioniert. Ich schmeiß mich in die Klamotten, so wie der Nachbar es gesagt hat. Also, sie ist zum Glück. Ich fang nochmal an. Also, ich schmeiß mich in die Klamotten, ab nach Hause und meine Frau ist auch zum Glück da. Zum Glück zu Hause. Ich schmeiß sie aufs Bett und fang an, wie der Nachbar es gesagt hat. Ganz langsam rein, ganz schnell wieder raus. Ganz langsam rein, ganz schnell wieder raus. Ich fackere mich echt ab. Das geht so eine ganze Weile. Schließlich sie irgendwann mal. Du, was ist mit dir denn los? Ich, wieso? Sie, ja, du kommst wie unser Nachbar.